Was sind APR und APY? APR und APY sind zwei Kennzahlen, die ausdrücken, wie gut sich ein Pool einer Yieldfarm verzinst. APR und APY beziehen sich also auf einen einzelnen Pool einer Yieldfarm und nicht auf die Yieldfarm als Ganzes. Die APR ist der Zinssatz, den eine Einlage pro Tag abwirft, hochgerechnet auf ein Jahr. Wenn man eine Einlage von 1000 Dollar einen Tag im Pool belassen würde, müsste man bei einer 24-Stunden-APR von 1%, also am nächsten Tag, 10 Dollar als Rewards erhalten. Wenn man diesen Vorgang ein volles Jahr täglich wiederholt, hat man am Ende 3650 Dollar angesammelt, was einem Jahreszins von 365% entspricht. Zumindest in der Theorie. Leider gibt es in der Praxis einige Einflussfaktoren, die sich auf die tatsächliche Verzinsung stark auswirken. Daher ist die APR kein zuverlässiger Wert und schon gar kein fester oder garantierter Zinssatz. Schauen wir uns einmal an, wie die APR berechnet wird. Zunächst einmal wird vorausgesetzt, dass die Einlage zum aktuellen Zeitpunkt 1000 Dollar wert ist. Hier wird eine Kombination aus Ether und dem Reward-Token der Plattform im Wert von 1000 Dollar eingelegt. Wenn diese Einlage nun 24 Stunden in dem Pool bliebe, würden sich bei diesem Pool eine bestimmte Menge an Reward-Tokens ansammeln. In diesem Beispiel wären die Reward-Tokens nach dem aktuellen Kurs 10 Dollar wert. Das ergibt dann eine 24-Stunden-APR von 1%, also eine theoretische Verzinsung von 1% über 24 Stunden. Die APR wird aber fast immer als Jahres-APR angegeben, also mit 365 multipliziert. Dabei wird dann vorausgesetzt, dass der Kurs des Reward-Tokens nach 24 Stunden immer noch derselbe ist wie vorher. Außerdem wird vorausgesetzt, dass die Kurse der Einlage ebenfalls konstant blieben. In Wirklichkeit verändern sich die Kurse aber in Echtzeit. Des Weiteren hängt die Höhe des Rewards auch vom eigenen Pool-Anteil ab. Dieser kann sich theoretisch jederzeit ändern, sodass die eigenen Rewards steigen oder sinken können, somit auch die Menge der angesammelten Reward-Tokens. Weil sich die Kurse und der eigene Pool-Anteil permanent verändern, ist die APR keine belastbare Vorhersage und definitiv nicht als Zinsgarantie oder ähnliches zu verstehen. Im Gegenteil ist es ratsam, eigene Annahmen zu treffen und diese in seine Strategie zu integrieren. Die APY ist eine andere Kennzahl über die Attraktivität eines Pools. Bei der APY wird berechnet, wie hoch der theoretische Zinssatz wäre, wenn man diesen Vorgang für ein volles Jahr täglich wiederholen würde und dabei die Rewards jedes Mal neu in den Pool einzahlen würde. Es ergibt sich eine Zinseszinsentwicklung, bei der die Rewards jeden Tag mehr steigen, weil ja auch die Einlage immer größer wird. Um die APY zu berechnen, wird zunächst von der APR ausgegangen. Wie man in der Skizze sehen kann, steckt in dem Vorgang die APR mit drin. Bei einer APR von 1% ergibt sich die folgende Zinseszinsentwicklung. Da wir 365 Zinsperioden haben und der Zins 1% beträgt, ergibt sich nach der Zinseszinsformel eine Verzinsung von 3778%. Was bedeutet, dass eine Einlage von 1000$ nach einem Jahr 37780$ wert wäre. Das heißt, eine APR von nur 1% führt zu 3780% APY. Daran sieht man, dass relativ klein wirkende Werte bei der APR sehr schnell zu recht hohen Prozentwerten bei der APY führen können. Aus diesem Grund hat sich für höhere Prozentzahlen beim Yieldfarming diese Schreibweise ergeben. Wenn schon die APR unrealistisch ist, weil sowohl Poolanteil als auch die Kurse der beteiligten Assets kaum über 24 Stunden konstant bleiben, dann gilt das erst recht für die APY, denn dass Kurse und Poolanteil ein ganzes Jahr unverändert bleiben, ist ja eigentlich komplett ausgeschlossen. Wenn man die Entwicklung der APR und der APY realistisch betrachtet, muss man sich den typischen Verlauf des Kurses ansehen. Der Kurs folgt in der Regel diesem Muster, der Loch Ness Kurve. Der eigene Poolanteil, der ja auch eine große Rolle für die APY spielt, hängt mehr von der Gesamtpoolgröße ab. Es kommt weniger vor, dass sich die Größe der eigenen Einlage ändert, das heißt der beherrschende Faktor beim Anteil ist die Gesamtgröße. Wie sie sich verhält, kann man eigentlich gar nicht vorhersagen, aber sehr oft gibt es einen Peak irgendwo, danach sinkt die Gesamtgröße nach und nach. Attraktive Pools haben häufig im Peak eine Gesamtgröße von mehreren Millionen Dollar, oft auch zweistellige Millionenbeträge. Dadurch ergibt sich ein Verlauf der APR über die Zeit in Form einer absteigenden Kurve, die mehr oder weniger einem linearen Abstieg entspricht und sich irgendwo auf einem niedrigen Niveau einpendelt. Die APY verändert sich über die Zeit dagegen eher exponentiell nach unten und pendelt sich nach einer Weile im ein- bis zweistelligen Prozentbereich ein. Viele Farmer betrachten eine Yieldfarm als tot, wenn die APY nur noch bei 10% liegt, vor allem wenn die Einlage eine Kombination von sehr volatilen Assets ist. Bei Pools, die nur aus Stablecoins bestehen, wird eine APY von 10% oder mehr jedoch als ausgezeichnet angesehen. Für Yieldfarming-Plattformen gibt es eine Unzahl von Möglichkeiten, die zugrunde liegenden Werte heimlich zu frisieren. So können zum Beispiel bei den Kursen, die in die Berechnung einfließen, statt des aktuellen Kurses auch Durchschnittswerte angesetzt werden. Im Fall des Reward-Tokens, der ja stetig im Kurs fällt, wirkt sich das dann positiv auf die APY aus. Des Weiteren kann die Zinsperiode bei der Berechnung von einmal in 24 Stunden auf einmal pro Stunde verändert werden. Das ergibt eine viel höhere Zinseszinsentwicklung, vor allem wenn man das auf ein Jahr hochrechnet. Was sehr häufig vorkommt, das ist, dass die Datenbasis angeblich aufgrund von technischen Problemen etwas hinterherhinkt. Die Server, die die aktuellen Kurse und Poolstände abrufen, sind dann irgendwie kaputt und brauchen ein paar Tage für die Reparatur. Das wirkt sich vor allem bei fallenden Kursen positiv auf die APY aus. Sobald die Kurse wieder steigen, sind die technischen Probleme dann plötzlich gelöst und die Werte stimmen wieder. Dennoch dienen die Werte erfahrenen Yield-Farmern als wertvolle Kennzahlen, die aber niemals als exakte Werte oder Vorhersagen in eine Strategie einfließen. Es ist wichtig, beim Yield-Farming auf dem Laufenden zu bleiben und zum Beispiel die Social-Media-Kanäle der Plattform zu verfolgen und sich mit anderen Farmern auszutauschen. Niemals sollte man alleine den Angaben der Plattform trauen. Okien How Schhaus